Hallo meine Freunde der Sonne, das sehen wir wieder und heute geht's weiter. Hier ist Arnold, wenn die besten Detektive unter uns sind, ja was ist denn dann? Dann bin ich nicht mehr der beste Detektiv, dann sind andere die besten Detektive. Ich bin nämlich der beste Detektiv der Welt, ich finde jeden Tag noch nicht mal meine Unterhosen so gut bin ich. Das ist aber auch nicht schlecht, das ist auch eine Eigenschaft, ich verlege Sachen. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Detektiv-Dasein zu tun. Ich verlege Sachen und finde die nie wieder. Und dann kommt mein Detektiv-Dasein wieder raus und denkt mir so, oh, das ist eine Aufgabe für Woody, den Detektiv. Das Geile ist, ich habe, das ist jetzt mal kein Witz, das ist schon ein bisschen länger her, da hatte ich mein Handy hier. Ich glaube, habe ich da telefoniert oder war ich auf WhatsApp, ich weiß es gar nicht mehr. Und ohne Mist ungelogen, ich bin eine ganze Stunde hier rumgelaufen und habe mein Handy gesucht. Und ich hatte das Handy die ganze Zeit in der Hand. Äh? Geil. Ja. Er ist Arnold. Er ist im Weltraum. Wir veranstalten eine Party im Stil von Among Us. Ein beliebtes Spiel mit über 500 Millionen Spielern. Mehr als jedes andere Spiel in der Geschichte. 97% der Spieler zocken die kostenlose Version auf mobilen Geräten. Der Großteil der Einnahmen wird durch die kostenpflichtige PC-Version generiert. Natürlich spielen wir die kostenlose Version. Wenn es kostenlos ist, dann spiele ich auch. Und ich habe Braun nicht ohne Grund gewählt, denn er wird in weniger als 65% der Fälle rausgeschmissen. In mehr als 90% der Abstimmungen entscheiden sich die Leute für den Auswurf von... Krass, ich dachte, krass, okay, dass die Farbe so viel beeinflusst. Ich hätte irgendwie Braun als erstes mit rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wieso, vielleicht so geschichtlich irgendwie, aber Braun so finde ich auch als Farbe. Ich würde eh alle rausschmeißen bei Among Us. Selbst mein Partner, wenn ich Impostor wäre, würde ich alle rausschmeißen. Jeden. Selbst mein Partner würde ich verraten. Weil, stellt euch mal vor, den Trader. Ihr verratet als Trader den Trader. Da würde doch niemand denken, dass ihr selber ein Trader seid, weil ihr denkt, oh ja, der hat einen Trader verraten, der wird definitiv kein Trader sein. 90% der Abstimmungen entscheiden sich die Leute für den Auswurf von Schwarz. Und das ist genau die Farbe, die du hast, Arnold. Lass die Spiele beginnen. Das Wichtigste, du musst schnell handeln, denn du kannst zu jeder Zeit getötet werden. Und hier ist der erste Mord. Keine Sorge, wir haben eine Menge Detektive hier. Die werden sofort herausfinden, dass du nicht der Betrüger bist. Ups, ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier beschissen wurdest, Arnold. Es ist Zeit zu verschwinden, bevor du in den Weltraum geschleudert wirst. Du musst Aufgaben im Spiel erfüllen, um dem Rest der Spieler klarzumachen, dass du kein Betrüger bist. Puh, dieser Raum ist ja schon besetzt. Lass uns das Pärchi nicht stören. Es gibt eine neue Aufgabe. Du musst das Feuer im Elektroraum löschen. Sieht so aus, als hätte es geklappt. Sie glauben dir. Los geht's. Hilft diesem Spieler. Ich glaube, ich habe ein Feuer. Wisst ihr, wie man sich auch total induzent verhält? Also wie man sich komplett induzent verhält. Einfach den Leuten hinterherlaufen und sagen, ja, macht ihr gut. Ihr arbeitet gut, ich hol mir jetzt mal ein Bier. Die ganze Zeit irgendjemanden nerven. Alle nerven so. Ja, hier, ich wisch gerade den Boden. Ihr tut natürlich nichts. Weil, ja, man arbeitet doch nicht im Spiel. Wenn man kommt nach Hause und man arbeitet dann im Spiel oder was. Hier oben. Ich würde einfach nur so tun. Irgendwelche Knöpfe drücken. Meine Task nicht erfüllen. Und dann sagen, oh ja, die Aufgabe. Ich habe gerade, wenn dann einer gefunden wird. Ist er dann, ähm, die Runde. Und dann würdest du sagen, oh, ich habe so komplizierte Aufgaben gemacht. Und was hast du denn als letzte Aufgabe gemacht? Ja, hier, äh, ich spiel. Okay, stellt euch mal vor, ich spiele das Spiel schon über drei Jahre und habe noch nie eine Aufgabe gemacht. So, und dann werdet ihr so gefragt, was hast du noch als letzte Aufgabe gemacht? Ja, das habe ich als letzte Aufgabe gemacht. Ähm, Käsekuchen gegessen. Ach ja, die Aufgabe kennen wir. Du bist innocent. Gibt's ja auch nie die, das gibt's auch die Bands. Wollte ich auch sagen, würde ich genauso machen. Nicht mal ist der Betrüger viel näher, als du glaubst. Dies ist eine weitere Lektion für dich. Arnold, es gibt keine Freunde in Amangas. Ja, wie schon gesagt, ich wäre, glaube ich, der beste, ähm, Betrüger der Welt. Weil ich würde einfach jeden töten. Jeden verraten. Selbst meinen eigenen Kollegen würde dann so sagen, ey, der, der hat vorhin, das habe ich ganz genau gesehen, der hat vorhin den da getötet. Habe ich gesehen. Punkt aus Ende, kick den raus. Und dann steht da ein Poster und so, yo, ey, der ist cool, der Typ, so, der macht das voll gut. Der hat, der, der, der wird doch never ever seinen eigenen Freund verraten, ne? Ja, und dann denke ich mir so, hm, doch. Und so bin ich auch in Real Life, ich würde jeden verraten. Ja, da habt ihr gerade meine 5 Sekunden gesehen. Ähm, tut mir leid, dass ihr das angucken musstet. Aber es ist manchmal so. Manchmal muss man auch der Wahrheit ins Auge sehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an. Bis dann, haut rein und tschüss.